Asylum! Profi! Zu viert! Uns! Wunder hier! I want you to be happy ya! Bitte drücken sie! Ready! Hell! Start doch! Aber hier haben wir noch ein Räucherstäbchen! Alter! Ich hab Hunger! Ich hab Hunger! Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Versuch auf Ja! Round 4! Mann, Pix! Wauw! Lieb mich! In Asylum, natürlich! Na, Party! Brauchst du einen Schlüssel? Josef! Ich bin oben links lauf ich lang, um Josef Braun zu finden! Josef! Josef! Braun! Rauchh! Josef! Rauchh! inflict些 Van planner His final Ver turbulent Ich hab den Raum, unten reichs, unten reichs, unten reichs, unten reichs Run, Alter Liviusa Oh no, Ron, stop Ron, stop Meow Yeah Joseph Brown Joseph Brown Joseph Brown Joseph Brown Oh, Joseph Brown Oh, Joseph Joseph Brown Oh, Joseph How old are you? Oh, Joseph How old are you? Come here, Pix Oh, Joseph Pigs 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 Habe ich schon Habe ich schon Habe ich schon, Chris Habe ich schon, ein Bewegungs... Ne, ich hab was anderes mit Hast du ein Bewegungs... Hast du deinen jetzt? Okay Ja 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 Josef Braun! Josef Braun! Oh Gott! Josef Braun! Oh ja! Josef Braun! Pix, nein! Nicht in den Schrank! Pix! Oh, Pix! Oh, Josef! Oh, erschreckt mich doch nicht so! Josef! Wer kann so den Liebern machen? Josef Braun! Josef! Halt die Kinder! Halt die Kinder! Nee! Lina, Halt die Kinder! Nein! Ahhhhhhhhhh! Aaaaaaahhh! Ein Fohn, Alter! Wir messen! Will! 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 F! Halt die Kinder! Ohhhhhhh! Ohhhhhhh! Ach du! Hattet der? Nein! Ich hab Herstatt gehört! Ahhhhhhhhhhh! Hrrrr! Hrhr! Hrgh! 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 Huhhhhh! Und dich kann nur anders aufstellen! Anderst Auffeln in den Punkt! Irgendwie dass ich den Raum mehr sehe! Du sagst nur das mal links! Hrshh... Das ist das also absurd! So! Oh, ich habe dich aufs... Ich bin ohne Licht! Sie hat dann gleich die Fotokamera an der Westen! AHH! Ah da war noch Bobs! Warte, chillt mal mit dem Flackern, Mann. Was macht der mit uns? Wasser. Oh fuck, oh fuck. Das Ding ist, wenn der Hand tippt, dann flackert dein Licht gar nicht bei mir. Ach so. Ganz schreckliche, ganz schreckliche Dinge, was ihr... Alles wird gut. Alles ist knackig. Alles knackig. Chris, nimm deine Taschenlampe mit. Joseph Thompson. Wie heißt er? Jimmy? Joseph Brown. Joseph Brown. Hi. 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 Hi, hi, hi to Tai. Tuh 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 tuh. Space taxi. Space taxi. To the sky. nö joseph brauuunnn joseph brauuin ach du heidegger joseph brauuuunnn joseph brauuunn Nein! Oh, ich dachte, der Hunted. Joseph Brauuun. Joseph Brauuun. Jetzt fehlt nur noch die Waschbeckenaufgabe, oder? Links wie weg. Ach, scheiß aufs Waschbeckenaufgabe. König! Huuuua! J-Joseph... Wie heißt der Thomas? Nein, Ado! Der hat den Shit-Oud-O-Me gescaert, sage ich euch. Ach so. Wundervoll, 285. So, jetzt hätte ich gern Farmhaus. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Phasmophobia Runde 5. Diesmal Grafton Farmhaus auf... Profi. Kurzi Pix. Kurzi Pix. Last round of the round. Trishko. Ihr Einsatz. Wundervoll. Waaaaaar! Das. Das und das und das und das und das und das und das. Und das und dies und jenes und... Robert Mo. Robert Mure. Robert Mo. Roberto. Wir fotografieren erstmal die Fotopuppen. Gib mir ein Zeichen. Gib mir einen Scheiß. What? Zwölf Grad im Schlafzimmer. Linda, Linda, du kannst es nicht glauben. What? Ich werde es wieder weg tun. Oh nein. Ich bin heute der Ouija-Brett-Finder. Ouija-Brett. Also ich habe hier satte 11 Grad im Flur hier unten. Wo bist du? Irgendwie im Schlafzimmer. Oh! Was? Zwölf im Bedroh, wahrscheinlich. Jaja, du hast ein Schlafzimmer. Wo ist der Knochen? Oben, links im Kinderzimmer. Kinderzimmer. Ich glaube nicht. Ah, ja. Jetzt habe ich noch ein Foto auf dieser Kamera. Aber als ich gelohnt. Ich muss noch mal selber das Ouija-Brett-Finder machen. Wo ist das? Wo ist das? Ja, weil das Foto nicht gezählt hat. F***, was tust du da? What the f***? Ein Ouija-Brett-Finder. Oja! So, weg damit. Määäääää. Wir stecken das. Christa, ist alles in Ordnung. Ja. Okay, cool, weil du so ruhig bist, deswegen. Ich hoffe, das hat... Irgendwie gelten die Bilder vom Weetobot nicht. Pics, du kannst jetzt nicht raus! Alter. Nee, die Katze will raus, deswegen. Nein. Chris, nein! Wie hast du das gesehen, dass ich das da verstecke? Wie? Wie? Ich habe euch die ganze Zeit beobachtet. Ich will, dass ich euch beobachtet. Die ganze Zeit. Nein, Chris hat gesehen, wo ich das hingetan habe. Nein, tu das nicht, Chris. Bring uns nicht wieder auf. Du bist ja so nebelig. Ja, das ist der Geist. Chris, mach das Weetobot aus. Chris, wo bist du? Chris? Chris? Fingerabdrücke. Oh, nice. Chris, mach das Weetobot aus. Gib uns ein Zeichen. Mach das Weetobot aus, Chris! Gebt uns ein Zeichen. Mach das Licht aus. Chris! Chris, mach das Weetobot aus! Chris, gib mir das Weetobot aus! Geht mir das Weetobot aus! Geht ihr das Weetobot? Chris, gib mir das Weetobot! Chris? Geht mir das Weetobot! Chris ist leid aktiv! Dein Chris! Oh Mann, Alter! Baaah! Warum? Ich bin soo! Ich bin soo! Los! Ich will beide sein, Freund! Los! 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 Ich mach sie noch sein! Ah, mein Gott! Chris ist gestorben. Oh nein! Oh nein, seine Reiche oben, Mann. Der Wort aus. Ja. Soll es da liegen bleiben, Mann. Schön. Haben wir irgendwelche Hinweise? Fingerabdrücke haben wir. Gebt uns ein Zeichen. Wo bist du? Ich glaube, wir haben Ops. Der fliegt euch hinterher, man sieht ihn. Es ist so ruhig jetzt, wo Chris weg ist. Oh mein Gott. Es ist so ruhig. Ach so, das könnten aber die Gefriertemperaturen sein, oder? Nee. Jetzt löschst du das DMF aus! Geht nur der Hand. Oh. Keine Sorge Leute, ich habe einen Teddybär, der wird mich beschützen. Ah, der kommt von da hinten aus dem Raum. Ja. Oh, der ist aber langsam. Ist aber hässlich. Geist, geh weg von mir, ich habe einen Teddybär. Chris, wo bist du? Hallo? Let me in! Let me in! Let me in! Oh, der ist eigentlich vorne. Let me in! Let me in! Let me in! Let me in! Oh, Linda, da kann ich rein. Nein! Ah, nice. Okay. Kami. Der Teddybär hat mich beschützt. Chris, bist du hier irgendwo? Chris, gib mir ein Zeichen. Chris, gib uns ein Zeichen. Was hat der DMF gesagt? Ich kam nicht hier hin, weil er hat zu Feuertagen gefahren, als ich hier frühes Haus bin. Chris, wie alt bist du? Du bist jetzt auch noch. Was hat man noch gehabt? Gefriertemperatur. Oh. Hat man nicht Gefriertemperaturen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Ich habe es jetzt noch bereit. Oh, der stand hier drin. Oh. Oh, scheiße. Hallo? Hallo? Geh doch einen Fotoplatz frei. Hallo? Madame? Hier wird sein Zeichen. Wo ist der? Vier. Wo bist du? Chris, bist du raus? Wie alt bist du? Oh, fuck. Der hat das. Es ist fünf? Vier? Popsi! Ah! Ich komm... Hey! Die Tür blockt mich! Die Tür blockt mich! Nein! Oh, der will Patti! Oh, der will Patti! Oh, der will Patti! Oh, der will Patti! Das hast du doch von Patti! Karma! Hä, wie schnell der war! Neee! Könntest du Revenant sein? Neee! Doch, Revenant könnte es noch sein mit Fingerabdrücke! Wir haben einfach einfach dabei gelaufen und nicht so schön! Oh, der könnte tatsächlich ein Revenant sein! Oh, nee! Wie... Wie alt bist du? Oh, nein! Oh, nein! Renn, Kavi! Renn! Kavi! Renn! Kavi! Renn! Kavi! Lass mich raus! Wo ist mein Täti? Lass mich raus! Wo ist der? Wo ist der? Ich glaube, der sieht uns nicht, deswegen kann er nicht schnell rennen. Also weg hier! Einfach irgendwo! Nein! Siehst schrieg ich, der Junge! Es ist bestimmt ein fucking Revenant, Mann! Ach, ihr bist gestorben, Chris! Das stimmt! Alles gut jetzt! Einen richtig sehen, um schnell zu laufen. Das stimmt. Nein! 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 Warum? Nein! Tut mir das nicht an! Tut mir das nicht an! Nein! Der ist einfach straight ab hierhin gelaufen! Nein! 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 Ich kann das nicht alleine! Revenant, der kommt auch durch die Türen, wenn man redet. Der hat komplett draufgeschimpft! Alter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Fingerabdruck haben wir! Mehr nicht! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was für die letzte Runde, Alter! Was für die letzte Runde, Alter! Oh nein! Wie soll ich das denn schaffen, allein? Folgendes schirrt? Nein! 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 Ja, das ist nicht Ou! Egal das bin ich. Wie alt bist du? 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 Er ist... Er war 5 Buch. Das ist tatsächlich ein Revenant. Alter der ist sowas von zerberstet. Das ist ein Revenant. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich kann das nicht. Ich will fahren. Ich kann das nicht. Ich habe alles gestorben. Alle beide... Alle sind tot. Und jetzt... Alle... Alle sind gestorben. Alle sind tot. Alle sind tot. Alle sind tot. Ich fahr jetzt. Okay? Okay, Freunde. Überall ich fahr jetzt. Fui! Ich fahr jetzt. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Warum schlägt die Aktivität? Da ist doch keiner! Ich kann das nicht. Ich fahr jetzt. Das ist ein Revenant. Ja? Ich fahr jetzt nach Hause. Das... Nein! Ich hab' ich bekommen. Aber wenn ich da... Willst du, dass ich sterbe? Ja! Wenn ich sterbe... Ja! Let's go! Okay. Weta hat Unterstützung von drei Geistern. Das wird wohl mehr sein als Verwirbelinnen. Ich mach' das, ja? Ich mach' das Foto! Aber ich muss erst sehen, wie der heißt. Robert Maul. Ich mach' das! Geil! Ich mach' das! Ich mach' das! Ich mach' das! Ich mach' das! Zeig' dich! Zeig' dich! Ich hab' meinen Keller verloren! Zeig' dich! Robert Maul! Robert? Fui Deo! Robert Maul! Zeig' dich, wie du aussiehst! Zeig' dich! Zeig' uns! Zeig' uns! Robert Maul! Zeig' dich! Robert Maul! Zeig' dich! Jetzt das Buch geschrieben! Zeig' dich! Schon wieder! Zeig' dich! Zeig' dich! Robert Maul! Du musst höher! Na ich! Na lang! Höher! Ah nein! Noch mehr, ich hab' in die Decke gezielt, Mann! Ich pack das nicht, der skält den shit out of me. Robert Moore? Robert? Oh nein! Robert? Ja! Oh nein, du Scheiße! Robert Moore? Oh ja! Gabi! Ja, das hat gezählt! Der alte Lidlappen! Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Okay, der hat mich auch ein bisschen erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Robert! Oh mein Gott! Ich hab's für euch getan, Jungs! Ich hab's getan für euch! Für die Community! Für die Community! Ich hab's getan für euch! 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 Ich hab's getan für euch alle, ich bin übrigens auf Instagram, Twitter und Twitch unterwegs, 19 Uhr eigentlich streamen, wenn du davon mich nicht hasst! Ich hab's getan für euch!